Ich hatte so ne schöne Lagerordnung. Warum ist es hier? Ich habe sicherheitsabstand. Ich... Weg damit. So. Wir einsammeln. Oh. Einsammeln. Oh. Da hinten liegt noch eins. Also viele. So. Mann, wo gehen die hin? Oh. Ja, genau unter dir. Mann. Oh. Das tut alles nur noch weh. So, ich brauche Wolle. So, das dort hin. Das dort hin. Das dort hin. Das dort hin. Äh. Ach, die kann ich nur eins und aufnehmen. Und da finde ich Kacke. Was ist das? So. 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 Das können wir dort hin machen. Das ist Magnesar, das machen wir hier in die Ecke. Und das ist Sulfur, das kommt da in die Ecke. Wieso ist der Stahl alle? So, jetzt haben wir einen Tier 1 Booster. Ich verachte das langsam. Warum habe ich denn jetzt wieder O? Das ist doch... Das ist doch... Weißt du was? Hilfe! Geil! Sogar getroffen. Boah, der alter Mann kann da... Was? Meine Eltern im Hintergrund. Was war mit alter Mann? Muss ich das verstehen? Die gucken gerade einen Film. Ach so. Boah, der alte Mann! Ich habe aber ehrlich gesagt mich gerade damit angesprochen gefühlt. Hast du jetzt hier wieder die Steine reingelegt? Nein! Hallo Freunde! Ich werfe nur welche auf dich! Habt ihr mich vermisst? Warte mal, wo ist der Tyrox? Wo ist der Tyrox? Wo ist der Tyrox? Tyrox? Scheiße! Nein! Nein! Willst du mich verarschen, Mike? Aber Tyrox, das war die Rache dafür, dass da oben ein Chaos in meinem Lagersystem war. Hä? Warum? Einfach nur so. Und was habe ich damit zu tun? Du hast Chaos verursacht. Du hast bestimmt alles nur so reingeschmissen in die Land Barrels. Eben nicht? Dann warst du Melvin. Ne, wo kommen diese... Die kannst du doch löschen da unten in die Trashcan. Ach so! By the way, könntet ihr mal bitte die Sterne ausschalten, damit ich hier überhaupt loskomme? Ähm... Wir könnten es ja... Bitte tu! Bitte tu! Aber Tyrox, was ist denn nicht? Dann sterbe ich. Oh, scheiße! Ich brauche Luft! Danke, dass du mich an Sterben drinnen hast. Ähm... So... So... Soll ich die Sterne rausholen? Bitte! Danke sehr! So, das war das letzte Mal. Beim nächsten Mal steckst du dann definitiv fest. Scheiße! Dann habe ich verkackt. Ja, das hast du dann. Dann habe ich richtig verkackt, du. Ja... 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 Alles... Ach, ich... Äh... Wie ich das hasse... Melvin, hier... Ich habe da was für dich. Und inwiefern sollen wir das was bringen? Nein... Ähm... Keine Ahnung... Ich dachte, du freust dich darüber. So... Hier... Nein! Dein Popel greift mich an! Jetzt habe ich es irgendwie... Verdient! Verdient! Das ist interessant. Und wo habe ich jetzt Broken Iron Erbe? Ach... Mein Popel kann angreifen! Äh... Okay... Hast du eben gesagt! Das hört sich aber so... Dermaßen... Falsch an! Jetzt habe ich alle Dollys weggeschmissen! Hm... Ich raste bald... Äh... Stop... H... Hammer... Das kann man da hinsetzen... Hammer SI irgendwo... Äh... Silikon! Ja... Si Hammer... Hammer CL... Das ist so ein komisches gelbes Glitzerscheiß... Hier... Hier... Okay... Das haben wir da... Haben wir... SH? Oh... Haben wir SH? Warum... Mal so eine Frage... Warum ist sie zweimal SI? Gute Frage... Gute Frage... Ey... Jetzt kommt hier C rein... Ja... Wenn du nicht schnell bist... Dann... Ist es vorbei hier... Gut... Dann können wir das da rein machen... Das... Haben wir jetzt SH? Äh... Das SN... Oder? Ja... Nee... Noch SN... Ja... SN... Woanders... Haben wir SN? Ja... 10 haben wir... Irgendwo... Ah... Hier... Ja... Nee... Du musstest nie rausholen... Das macht dann hier... Das Ding hier alles automatisch... So... PB... Haben wir das irgendwo... Okay... Tyrox ist kurz AFK... B... B... Gleich wieder da... Sorry... Mach mach... N... A... Hammer... So... Ich kann die Tiro... 3 Rocket herstellen... Yeah... M... G... Hammer... Endlich... Und... TI... Müssten wir demnach dann auch irgendwo haben... Hoffe ich mal... TI... Ich baue sie einfach mal... Äh... TI... Soll ich mit Storage oder ohne? Äh... Ohne... Okay... So... Jo... Der saugt es raus... 64... 64... Ah Mist... So... Okay... Tier 3 Rocket... Ah... Da rein... Die ist zu groß für diesen Raum... Das ist die Rakete? Ja... Ja... Was jetzt? Okay... Haha... Wollen wir durch die Wand glitschen... So... Das ist CL... Äh... Warum habe ich hier Silikon? Keine Ahnung... Keine Ahnung... Warum du das hast... Keine Ahnung... Warum du das hast... So... Jetzt muss ich noch eine für Cassie machen... Oder wie? Ja... Ach... Weißt du Eyck... Es ist immer wieder schön... Wenn deine Eltern sich... sich vertun... Und doch... Wenn du runtergekommen bist... Ach... Ist doch nichts... Ich liebe... Ehhhh... Ja gut... Ehh... Ach... Ach Tirox... Ruhig Blut... Ruhig Blut... Ja... Ruhig Blut... Ruhig Blut... Ja... Ruhig Blut... Bei deiner Schwester? Muri! Bei deiner Schwester würde ich sagen PB So Und dann MG Da Wieso haben wir hier auch 2x MG? Was hat denn die Sissy hier gemacht bitte schön? Oder oder war das Cassie? Ne Das glaube ich eher weniger Warte mal Hä? Ich hab grad ernsthaft das Falsche aufgenommen Die Sterne, ne? Ey Ey So H ist Schräg darüber gewesen Hm So Haben wir irgendwo TI Ja Irgendwo Ja Titanium MG MG Yeah 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 Na Na Äh Das Na Da Jetzt hab ich dein TI eingesammelt Und Na war da Darum haben wir 2x NA Was? Ja Gute Frage Gute Frage Jetzt kann man das MG hier rausnehmen und hier rein machen Und das NO Und das NO Da unten rein Ja Läuft Jetzt ist nur noch SI Huuuuii Huuuuii Huuuuiiii Miii 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 Ach weißt du was Tyrox, weil es so schön war Weißt du? Tyrox Hier Tyrox Tyrox Hier weißt du schön war Will sterben Also da haben wir mehr als genug von jetzt Natürlich, könnte alles verbrennen Wo hab ich jetzt die Dingskiste hingemacht? So Da Ach Eik Weißt du was ich jetzt mache? Einfach weil wir genug haben Ein bisschen was in die Trash, keine Ahnung Ach ne weißt du? Steuerung, ich hab ja diesen Autoklicker auf der Maus, ja? Ja Ach ja Ähm angreifen, Abbaunen Zack zack Die Leute konnten halten Ah ne Das ist ja, ach egal Ich hab die Sterne wieder reingemacht Zack 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 Ich hab die Sterne wieder reingemacht Oh Das ist ja Und Vielen Dank.